Terrorwarnstufe Rot. Dies ist keine Übung. Montag. Aufgrund einer Bombendrohung müssen wir unverzüglich evakuieren. Sie wollen den Frieden. Der Verschlag geht jetzt über die Bühne. Doch die Sprache des Terrors Ich sehe überhaupt keinen Grund, von unserem Plan abzurücken. kennt nur Gewalt. Lassen Sie sich was einfallen, oder Hassan ist ein tuter Mann. 24. Der achte Tag. Die Stunden 3 und 4. Am Montag ab 20.15 Uhr auf Sky Cinema HD und Sky Cinema. Am Montag ab 20.15 Uhr.